Bis jetzt hat es geheissen, bleibet zuhause, stay at home, bleibet zuhause, für uns heisst das, bleibet kreativ, stay creative, bis es endlich wieder heisst. Willkommen in der Kammelspielsee. Ja, hier ist Albert, der vierte. Ich melde mich aus der Quarantäne. Ich muss Ihnen sagen, es macht keine Freude, Kartoffeln zu schämen während dieser Pandemie. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich, wenn wir bald wieder auf der Bühne in Sepp stehen dürfen und unser Theaterstück dort spielen. Nicht wahr, Albert? Du bist auch froh. Gib uns deinen Seelen. Urbi et Urbi. Urbi.